Jetzt sind wir bei Hotline Miami. Wirklich. Jetzt kommt gleich wieder irgendwas. Gute Musik. Achtung, der droppt. Warte, warte, warte. Achtung. Jetzt. Nein, doch nicht. Mit Ansage ist das mal... Die Partygäste kennen wir alle. Ja, da vermutet man wirklich, dass der Drop hier viel früher ist. Nein, doch nicht. Wenn der Drop nicht mehr mit Ansage ist, aber... Die Partygäste. Ja, wirklich gut. Haben Sie Achtung? Nein! Ich habe immer Glück, wenn es um Quartett geht. Unentschieden. Es sieht so aus, als würde keiner von uns diese Runde gewinnen. Was unentschieden? Bitte was? Können Sie für ein weiteres Spiel interessieren, Mr. Fox? Legen Sie vorher ein weiteres Stück... Sie sind dran, Herr Fuchs. Oh nein. Oh Gott. Ich bin gefangen in der Schweinehölle. Nein, nein, stopp. Ich bin schon da. holy shit zu weit weg von der nummer so jetzt i'm coming for you zack 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 könnte man dann nicht ariane grande sein guck mal wie nils reagiert wenn er so nils wird das ist wie ihr im chat immer lacht wir hatten ich hatte ja letztens mal ein stream gemacht von wegen kanaltrailer der okay jetzt habe ich mich selber getrollt ich sehe natürlich den trailer nicht wenn ich leicht bin noch mal zurück stellt euch mal vor ihr würdet mich jetzt nicht kennen und ihr würdet dann sowieso die seite öffnen und sehen ach so hier ist ja ein kanaltrailer und dann würde laufen hier so ein brauche ich brauche so ein können sie mir mal helfen ich bin verletzt hallo haben sie mal ein euro hallo hätten sie bitte ein euro für mich oh gott der schlägt mich gleich okay 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 das ich dachte kurz nils wäre der mülleimer das sind aber wölfe völlig richtig ich glaube das sind teo time out küchen hubert so stimmt das ist natürlich unverschämt gewesen das war uno ein kleiner sieg für mich und am ende ist doch schön noch obendrauf ist doch herrlich was frothin hat gewonnen weg damit so heißt jetzt guck mal hier ist paint integriert wenn ihr noch kein paint hattet dann könnt ihr einfach mal das ist ja super also wie viele spiele hier einfach kombiniert sind man kann quartett spielen man kann malen aber willst du noch wir haben willi wausemaus auch gefunden willst du ihn auch sehen das klingt nicht nach lebendig der witz ist doch schon lang tot ja genau wie maus und maus oh nein ich vollidiot was hast du gemacht sie ist genau in die arme von fooling gerannt ohne ausrüstung man sollte nicht nackt in fremde häuser gehen ich hatte schon was ach nee ich hab mich gar nicht angezogen euch deb ah wo bin ich denn jetzt jetzt bin ich im bios jetzt bin ich in dieser awkward situation dass ich hier mitten im weltraum bin und hab kein ich hanker sprit mehr ich hanker sprit mehr für die röde 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 rest unten around the road und neue sprit geholt ja was mach ich jetzt da hilft nur abwarten also wenn ihr euch mal länger mit mir unterhalten wollt dann sprecht einfach bringt irgendeine her der ringe these ins gespräch und dann läuft das für die nächsten stunden was ist das denn hier sind ja wirklich an jeder ecke einen baum gepflanzt die dreckige lache ey so ein ist das ein sack ah du magst doch wälder ich sehe nichts mehr in meinem haus hier sind überall bäume vor allem versuch die jetzt mal zu fällen und reißt die ganze hütte ein oh gott wenn da ein falscher baum falsch fällt dann fällt die ganze hütte zusammen ich werde metal hat auch so vor sich hin gedacht als er das gemacht hat er hat alles eingepflanzt und kiechelt so vor sich hin hier bei jedem einzelnen baum ging es hoch posten jetzt wird es spannend jetzt wird hier was schießen die auch zurück meine erste frage schießen die auch zurück jetzt liegt die erstmal nah hin die monite schießt nicht aber die station ja was mache ich denn wenn mich jetzt jemand beschießt wenn ich den hier fertig mache restricted area bin ich nämlich schon inbaut missile was mache ich wo die wo die angriff ja wie der weiß ist zurückgekehrt ja wir haben ihn gleich an eure seite sehr gut nein nein gg durchgespielt was und stream wird beendet das ist falsche szene wo ist denn die treppe muss ich erstmal aus dem haus herausfinden umdrehen nach links halten ja das stream delay ist ein bisschen was hast du gemacht einfach ins feuer gesprungen okay das kann ich auch noch irgendwo gebrauchen hier die wütende reaction und nils ist komplett egal der hat schon ausgeschaltet guck mal so sieht jemand aus der mental tot ist den sehen wir hier links also das spiel hat die glaube ich gebrochen würde ich sagen ich mache jetzt nochmal den wo jeder mitsingen kann bau 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 b